Wir haben jetzt einmal hier den neuen Heimat Confusion LP im grünen OX auf dem Sunway Feather Carbon und Heimat Clutter Lila OX auf Butterfly Balsa Car OX 522. In diesem Video testen wir die beiden neuen langen Locken von Heimat, den Clutter LP und den Confusion LP. Der Clutter ist im Nila OX auf einem Butterfly Balsa Car OX 522 montiert, der Confusion LP im grünen OX auf einem Sunway Feather Carbon. Vorweg, beide Noppen reagieren beim Dots Test merklich auf Schnitt. Beginnen wir mit dem Clutter. Es folgen ein paar Spielszenen aus dem Locker und Einspielen sowie aus Trainingsmatches. Mit Locker und Handgelenken kann man relativ sicher passiv Topspuns blocken. Das Schlägerblatt sollte dabei nicht zu offen sein, weil der Clutter auf den ankommenden Schnitt reagiert. Die leicht klebrigen Noppen dämpfen dabei das ankommende Tempo etwas ein und sorgen dadurch für eine gute Kontrolle. т ganze Zeit Seitens Deutlich gefährlicher wird es, wenn aktiv in den Ball gegangen wird. Beim Hackblock entstehen teils sehr krumme Flugbahnen sowie eine ordentliche Portion Unterschnitt, die das Nachziehen erschwert. Durch die flexiblen Noppen kann man recht lang und hart in den Ball reinhacken. Schlecht! Schlecht! Im Trainingsspiel zeigt sich der Glatter extrem vielseitig. Aktiv gespielt wirkt der Belag nicht mehr so schnittanfällig. Aufschläge lassen sich flach und kurz per Seitwischer retornieren oder auch leicht anflippen. Ein Jero-Nader-Druckschupf taucht ebenfalls sehr fies ab und sorgt für leichte Fehler des Gegners. Im offensiven Spiel lassen sich die Bälle gut platzieren. Im Laufe ist sie aber nicht zu schnell. Insgesamt tritt auch kein Plummie-Effekt an. Der Störeffekt kommt vor allem im aktiven Spiel voll zu gelten. Auffällig war auch, dass der Schnitt des Glatters einige Male schlecht eingeschätzt wurde, sodass dies zu leichten Fehlern der Gegner führte. Ein Jero-Nader-Druckschupf! Ein Jero-Nader-Druckschupf! Sechst. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.